Das frage ich mich auch, aber ich kann mir schon ungefähr denken, um was, besser gesagt, um wen er sich jetzt kümmern muss. Das war's. Das war's. Ich frage mich, was die dazu geritten hat, das überhaupt jetzt mitzumachen. Nee, ganz ehrlich. Ich sag mal, losziehen und Terror und sonst was zu veranstalten, das hätten sie auch ohne Akatsuki beitreten zu müssen gekonnt. Ich sag mal, losziehen. 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 Du bist? Diese Musik einfach nur. Hammer! Die setzen das immer so genial ein, Alter. Ohne Witz mal, Leute, ey. Ohne Witz. Ohne Witz mal, Herr Kani-Sensei, Kakashi-Sensei. Ich denke, dass sie direkt zum Dorf marschieren wollen. Wo hast du sie zuvor schon getroffen? Weiter drinnen, hinter dem Todeswald. Tja, dann haben wir unseren Plan. Genau, wir gehen dorthin, wo wir sie zum ersten Mal getroffen haben. Wenn ich recht habe, fangen wir sie noch vor dem Todeswald ab. Irgendwo in der Nähe des Todbaumwalds. Also gut, dann sollten wir jetzt aufbrechen. Der von dir gescheuerte Charakter ist der Chikamaru. Und ich kann ihn nicht steuern, weil er speichern muss. Jetzt können wir weiter. Ich muss sie unbedingt finden. Achso, wir müssen da lang. Siggi! Alter! Die Schochi am Laufen ist, aber ohne Witz, Leute. Sieht voll permanent aus. Hammer. Achso, ja. Wie gesagt, entscheidet es, wie es euch gefallen würde. Ob ich dann... Also ich hätte nicht jeden Tag so eine 30... Also ich würde das, wenn schon, gerne... So 30 Minuten Folgen auf jeden Fall immer machen. Aber nicht jeden Tag so 30 Minuten hochladen, weil... Ich weiß nicht, das... Ah, naja. Wäre mir auch zu viel... Wäre mir auch sonst zu blöd, nur 15 Minuten Folgen zu machen. Das wäre das Schwachsinnicht. Also ich würde so 30 Minuten Folgen machen. Gerne. Ähm. Aber ich weiß halt nicht, in welchen Abständen. Das können die ja entscheiden. Ansonsten suche ich mir selber was aus, an beiden D-Tagen oder an beiden M-Tagen oder so. Dann immer sowas dann hochladen. Ich habe das Gefühl, dass er sein Glück wieder verlässt. Oh nein. Klebebärenstein. Auf geht's. Ah, hier haben wir nochmal einen Kollegen. Ja, ja. Lachen wir nicht. Schweine lachen auch nicht. Was haben wir denn? Wundsalben. Können wir mal ruhig ein paar Dödeln. Hochwertige Ninja-Kunst. Da habe ich auch noch drei Stück. Nein, alles verkauft. Gibt's alle nicht. Ja, machen wir so. Verkaufen. Leere Flasche. Und deutsche Blumenstrauß. Nehmen wir zu Schlagschlagewerk. Kristallkugeln. Formspinderkraut. Heilkraut. Kraftreis. Brauchen wir alles Samt nicht. Das verkaufen wir alles. Klebebärenstein. Ein gefährlicher Pilz. Vorsicht. Ninja-Pillen. Das werden soll. Okay. Verkaufen wir. Zwiebeln. Zum Heulen lecker. Sojabohnen. Ei, 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 ei. Okay. Verkaufen. Geld wäre gut gemacht. Danke. Schau mal wieder rein. Ich brüß dir einfach einer. Ei, Junge. Edelkastanien. Oh, oh, oh. Und hier sind wir wohl schon im Todeswald. Meinem... Oh, oh, oh. Ich werde das jetzt ein Spiel erzählen. Allt man, das alles gut verraten. Man muss mich wieder an der Zeit aufwenden. Ich werde das nicht überwenden. Das ist schon eine Herausforderung. Ich verstehe es. Ich verstehe es sehr. Das ist ein sehr starkes Kampf. Ich verstehe es. Dann hab ich mich nicht in die Zeit. Ich verstehe es. Okay, dann gehen wir weiter. Ja, ja, mach ruhig. Ist alles tut ich. Auf geht's. Nein. Los. Ja. Also gut. Die Zeit ist gekommen. Würde ich aber auch vermuten. Was ist denn das die ganze Zeit hier? Was ist denn das? Was ist eine scheiß Nachricht? Ich hier ganz auf dem Computer kriege. Was ist das? Das ist nicht so weit, was ich? Oh, nah, nah. Fah, 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 fah. Ich werde dir die Schönheit zu erzählen. Ich werde dir das Schmuck und das Gehirn erzählen. Das ist gut, aber ich werde nicht vergessen, dass ich das Gehirn erwähnt. Oh, das war so, so war ich. Ich werde das nicht aufzuhalten, glaube ich. Ich glaube, es ist ein sehr starkes Gehirn. Ich glaube, es ist nicht so wichtig. Es ist kein Mann für mich. Ich glaube, es ist ein Gehirn. Ich glaube, es ist ein Gehirn. Ich glaube, es ist ein Gehirn. Einiges Mal, aber auch keine Leute, dass die Räume nach dem Sieg ist. Das ist auch so zu viel. Ich würde mich nicht mehr so ausprobieren, oder? Ich würde mich nicht mehr so ausprobieren. Ich würde mich nicht mehr so ausprobieren. Ich würde mich nicht mehr über die Hände nehmen. Ich würde mich nicht mehr über die Hände nehmen. Ich denke, ich bin schon mal ein paar Jahre alt. Was sagst du? Ich denke, ich bin schon immer ein paar Leute zu erinnern. Ich denke, ich bin noch kein Mal zu erinnern. Ich denke, ich bin nur was von mir. Ich denke, ich bin auch einfach ein paar Leute zu erinnern. Ich denke, ich bin gut. doch naja noch mal immer ja jörg immer so ja Hör auf zur Labern und Fight, du Sau. Bist du bereit? Shikamaru Nara ist mit voller Gesundheit gesegnet. Ziggy sind wir bereit. Wir werden ihn sowas von den Phrasen polieren, dass er im Hörn und Sehen vergehen, Alter. Das war ein Drecksack, Alter. Ohne Witz. Ah, ich bin alle müde. Ich bin auch geil. Ultima Tugos Yutsu nicht einsetzbar. Das heißt, ich kann erwachen. Los, jetzt komm her, Alter. Ja, deswegen sollte ich da auch ganz woanders hinrennen. Ey, weil ich einfach nicht ausweichen darf, oder was? So, jetzt komm her, Alter. Kein Bock mehr auf dich, Alter. Bin ich dem schön ausgewichen, oder was? Alter, weil ich nichts sehen kann. Jetzt komm her. Jetzt komm her, Alter. Ich spiele nicht mit dir. Ja, haben wir uns verstanden. Arschloch. Also bis jetzt war die Strategie ein Erfolg. Ja. Ultimative Sitzung, die Einsatz war, reicht. Weiter. Einfach jetzt hinter mal zwei. 75. 67. 2.595. 3.300. Nichts erreicht, ey. Meine Fresse, das ist ja schlecht. Aber da. Entschuldigung. 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 83%. Jetzt haben wir 100%. Total toll. Mal gucken, wie es weitergeht. Entschuldigung. Für mich gerne eine Hühnersuppe, bitte. Bis es zwölf Uhr schlägt, ey.